Dass die Bitten der Ukraine nach Hightech-Waffenflugzeugen Taurus auf Widerstand bei den Verbündeten stoßen, liegt auch an der atomaren Abschreckung Russlands. An die Putins Vertraute, den Westen, gern erinnern. Ex-Präsident Medvedev droht vor wenigen Tagen mit einem globalen Krieg mit den westlichen Ländern unter Einsatz des gesamten strategischen Arsenals unseres Staates. Kiew, Berlin, London, Washington.